Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play That Island, together! Oh! Rote Typ! Er rennt! This place is evil as your mother in the bed! So, Opie, jetzt beeil dich mal! Letzte Folge war ein bisschen lang! Mit dir hier! Wow! Opie ist wieder so eine geile Nippel! Was ist das denn für eine komische Statue? Nippelopolis! Oh, was? Ich will mal meinen Revolver austesten! Fuck! Alter! Na du? Opie? Stringboy? Wow, das ist ein dicker! Ich halt drauf! Okay! Was war drin? Oh, Level Up! Hat der zufällig... 600 Dollar! Ah, gut! Warte, bin Level Up! Dann rüsten wir was auf! Dein Skill Tree! Oh, Opie rennt weiter! Komm mit! Beeil dich! Hey Opie, kannst du dich mal warten? Oh, jetzt rennt er noch schneller! Beeil dich! Ich will dich mal warten! Ja, warte auf! Allein im Busch mit Opie! Da krieg ich Angst! Warte auf mir! Bekommst du auch Angst, wenn du mit Opie allein unterwegs bist! Wenn er dich immer so komisch anschaut! Ja, dass er mich in den Arsch schlägt, ja! Ja, viel muss er nicht ausziehen! Da ist, da ist mein Village! Angry Spirits sind überall! Angry Spirits! Aha! Bitte was, was macht dir so komische Geräusche? Das ist die schwule Kröte! Hallo Freunde, ich bin nicht schwul, ich bin nur... Tuki ist aufm linken Arm! Oh, da kommen noch ein paar mehr! Beim Opel! Ich mach Fury! Ich mach... Ich beschütz Opel! Na du? Ich lieg am Boden! Schön machst du's! So, erstmal heilen! Durchlass hier! Früchte! Ist der Dicke auch schon weg? Ja, hab ich auch gemacht! Wunderschön! Der Opel rät schon da weiter! Okay! Ich muss auch schon Apel essen! Sag's dem Opel nicht mir! Ich war eigentlich noch in die Häuser geschaut! Hast du das genommen? Ne! Wow, 3,5! Alter, das nächste Geld gehört aber mir! Hier! Du findest grad 1600! Wie viel Geld hast du denn überhaupt? Warte! Hier liegt nur einiges... Mir ist ne Sichel ne Geile! Ne! Ne Scheiße! Die ist schlecht! Ich will noch nie in die Häuser reingucken, wenn das geht! Warte! Ich bin... Ich geh zu Opel! Alter Opel, der regt mich jetzt schon auf! Der ist grad irgendwas explodiert bei dir! Das such doch alles! Also ich sollte euch suchen, oder? Okay! Ja! Ich bleib bei Opel! Ein Telefon! 92 Dollar! Ich beeil mich auch! 92 Dollar! Die sind ja richtig reich hier! Muss schon sagen! Lass mich da rein! Hopp! Da ist nichts drin, oder? Nein! Ah, kommt bald! Wir haben uns weitergefahren, nämlich meine Shotgun! Ja, was haben wir hier? Da ist ja gar nichts mehr drin! Ach komm jetzt! LOGAN! LOGAN! Du enttäuscht mich hier mit deinem Rausdauer! Mein Gott! Mein Gott! Er hat was gehört! Was hat er denn gehört? Die geile Kröte von Kali! Eine Mongo! Ah, hier ist was drin! Hier ist ne Sichel! Voll zu welches oder so! Ah, Ducktape hab ich gefunden! Und 1.100 Dollar! Immerhin! Zwar nicht so viel wie du, aber ich komm zu euch! Ich bin jetzt fast in jedem Haus drin gewesen! Ich glaub in dem war ich noch nicht! Ah, da ist nicht so viel! Da war eine ID oder hochlegen! Oh nein! Ja, geh doch rein! Es ist alles safe hier! Okay, gut! Äh, ich muss noch schauen, wo ist der Eingang? Alter, die Häuser! Ich glaub, der wartet der auf uns! Wartet der auf uns? Auf mich? Ich glaub schon! Das ist ein Fail! Da geht ein Busch durch den Boden durch! Das hätt man besser machen können! Der schaut mir jetzt nur so komisch an! Oh ja, er plant dich jetzt hier niederzuknöppeln! Und dann! Boah scheiße, das sieht mich nur an! Oh mein Gott! Dann bist du dran! Der Blick! Oh mein Gott! Also Personal-ID-mäßig! It's okay, to be gay! Hehehe! Alters! Die Mädelschule! Alter! Ich werd doch da hochkommen! Probier's noch einmal und wenn ich jetzt nicht mehr hochkomm, dann... Da ist da was! Eine Exo-Zichel! Oh yeah! Da kommt man doch hoch, oder nicht? What the fuck! Warte, warte, warte! Ich kann... Ich komm da rein! Ist überhaupt ein Eingang? Ja, da ist ein Eingang! Okay, man kann hier bloß auf ein Haus drauf, in dem er vom anderem Haus, wo man rauf kann, hoch springt! Das ist ziemlich umständlich! Vielleicht kann man's ja von... Interessant! Höchst langweilig! Ja, da warte wirklich auf dich! Warte! Ich geh mal ein Stück weit davor raus! Oh ja, ich bin rüber... ich bin... ich hab's rüber geschafft, aber... Jetzt muss ich feststellen, dass das Haus leer ist! Fuck! Okay, hab alles durchsucht! Warum sagt... warum schreit meiner Haus next? Ja! Klippest grad'n paar! Jo! Ich eile! Ich sprinte! Wow! 1044 Dollar! Aber jetzt kommt er oder wie? Ja, weil ich zu euch komm! Was'n Dicker! Wartet auf mir! Wartet auf mir! Ich bin nicht... Alter! Hast du Fury? Nein! Hab ich vorhin ja... gemacht! Wow! Der Bum ist auch... Geilgeil! Ich komme! Ich eile! Mapp! Mapp! Okay, hab schade! Zambi! Zambi! Braucht keine! Mein Katana ist jetzt ziemlich geil! Ja, mein Katana ist leider schon fast im Arsch! Okay! Oh, hinter dem ist eine! Davon ist ein Dicker! Dem zwitschere ich jetzt was rein! Warte mal! Oh, hallo der Herr! Halt drauf! Halt drauf! Halt drauf! Halt drauf! Ne, ich bin schon... Ich hab... Ich hab doch ein DRS gedruckt! Ich muss mich zerstellen! Kann ich nicht! Steckt da gleich... Pass auf, warte! Ich kann nur noch zubeißen, der Mongo! Hab ihn! Wow! Okay! Immerhin 1500... Da ist ein... Wieso liegt da ein Telefon drin? In dem Korb liegt ein Telefon! Wir kommen dürfen zur OP! Okay! Oh ja! Die haben bestimmt schon voll, äh... Ihre Zivilisation hier! Die haben bestimmt schon... Wireless... Internet... Und... Fliegende Autos! Natürlich! Wer hat das nicht? Ja, jeder von ihnen hat so einen Kräutergarten auf dem Kopf! Hier ist eine Axt! Ein Baum! Unter uns? Das sind Zombies! Alter, das ist mal eine geile Brücke! Super! Warte! 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 Schnäpfe! Meine Schnäpfe! Vor allem ne Dicke! Zack! Headstumping auf der Brücke! Du unten ist so dick! Die unten interessiert mich nicht! Alter, die hat die 1400! Das war bestimmt die Zuhälterin! So! Zuhälterin! Geh fliegen! Ach! Ne, nicht! Ist mir wurscht! Wo ist denn der OP? Hey OP! Alter ist der lahm! Zollarmarschig! Ja! Wenn alle in dem Volk so sind, dann scheisse Wand! So jetzt wissen wir nicht, jetzt wissen wir nicht mal lang müssen! Unten oder oben? Grafik ist nicht schlecht! Setz mal unten! Setz unten! Jetzt rennt er wieder! Oben! AU! Um! Das ist nicht wahr. Jetzt werden wir auf tausend Jahre verflucht. Das ist aber eine nette Aussicht hier. Ja. Destroy the lever. Das ist die Möse. Können wir rüberschießen? Ich probier mal. Nö. Ich würde sagen, lieber jumpen. Oder fallen. Probier's. Ich bin da rüber. Ja, ich bin da rüber. Shotgun Ammo. Warum liegt da unten Shotgun Ammo? Keine Ahnung, ich kann's aber nicht aufnehmen. Ich bin schon voll. Warte, dann nimm's ich gleich auf. Helfe unten. Ich bleibe oben. Warte, ich hab doch gewusst, dass der noch mehr geht. Warte. Es sind vier hinten. Muss ich helfen? Da ist nur ein Zombie. Warte, ich weiß noch ein paar Äpfel. So. Mach mal auf. Ja, warte. Ich will volles Leben. So, hier ist noch eine Kiste. Ein schlechter Schlagring. Achso, holt F. La la la. Der Brückenmeister ist in the hood. Warte. Ah, Schrot finden Ammo. Da lebt übrigens noch eine. Bist du blind? Die ist bei mir nicht aufgestanden. Der musste ja auch antippen. Ganz nett. So, jetzt wartet mal auf mich. Arschlein fickeln. Nein, mit antippen meine ich so mit dem Fuß ins Gesicht. Ich mach doch nicht lieber mit nem Zombie. Bist du be... Okay, ich bin zwar noch ganz woanders, aber pscht. Intro, pscht. Was macht denn hier? Ja, das ist eine schöne Anrichtung. Ein hundertprozentiger Endgegner. Oder ein neuer Gegnertyp. Du sie nie mummies? No! Wot de hell? Any bad spirits? Stay away. Oh my god. BLEEEEH! Woh? Woh? Woh?! Er macht den Woh-Woh-Tanz. Woh! Alter, es gibt mich nicht immer... Woh! 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 Woh-Doo! Oh, dude. We need to find him damn mummies. Now what? Let's get the hell out of here! I know a shortcut. I have the one here. I have the one here. I have the one here. Why? Do you need the one here? Yes. It's in the bush. There are some palms on the ground. Oh, the Tussie is going. Oh, Tussie, stay here! Now... Oh, man. The is even worse than the OP. They run faster than the OP. No, they are better than the OP. Maybe... No, no. There are more of them here than you think. If you don't want to disturb them, you stay here. Yes, let's go. Fliege! Wow. She is dead? To continue. Yes, look. She has fallen down, right? I'm going to go outside, Mamba Blood. Yes. Me too. She is just... She is even worse than the OP. How was that, Maxi? Don't forget it. She is already down there at me. I'm going to the right. Get this bullet off me! Wow. Oh, the Tue. Oh, the Tue. Oh, the Tue. We'll go outside. My favorite. The Tue is pretty much there. Okay. You know, just pull out. I'm going to her. You're nuts. Und wie sieht's aus? Hier geht's ziemlich ab! Ach drum, mein Schwert wackelt. Ich bleib bei der Tursale. Ja, geht's bei dir? Ja, noch. Wie komm denn da? Head Thumpen, hallo! Wow! Ich hab wieder Fury! Von hinten kommt immer einer angerannt! Immer von hinten kommt... Ja, immerhin! Was hab ich jetzt aufgenommen? Meat! Achso, Meat! So! Na, fein! Wow! Der! Der ist weg! Oh, sie wird angegriffen! Geht zur Tursale! Ich hab keine Ausdauer mehr! Die Tursale! So, da hab ich keinen Bock auf die Scheiße hier! 4.000 XP! So! Schau, aus dem Busch kommen immer wieder welche raus! Alter, wie das ganze Geld nur lootest! Hinter dir! Ich bleib bei der Tursale! Wow! Ich hab dort 3.000 XP gekommen! Ich bin bei der Tursale und ich hab jetzt meine Schnellfeuer ausgepackt, weil die gehen mir sowas auf die... Also, wie kommen wir denn da? Komm zu mir! Ja! Military-Industrial-Compte! Direkt! Oh Fuck! Alter! Hilfe! 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 Hilfe bei K. Ja 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 Ich bin unterwegs Ich hab ja schon gefeuert Alter wieso ist sie auf einmal weg? Ich hab ja noch ein paar Freunde Alter verpiss dich Ich verreck gleich Ja Ach jetzt zieht er ja nichts mehr ab Blöde sich eingeborene So Boah Okay Boah ja Nein Bob Marley Bob Was los Bob Nein Oh ne Bob Marley wird dann unser Endgegner Bob Ja Kommen wir hier runter Das war nicht dein letzter Joint Bob Ich brauch ein bisschen hier Leben Hm Ich mach mal Okay warte Na komm Halt da Schneller 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 Ich geh links rum äh rechts rum Neh mal Fury Alter Ist nur einer Wow da war ein dicker Ja Hast du keine Arme mehr Hast du keine Arme mehr? Das ist super Ja machst du alle platt hier Du hast doch grad Fury oder nicht? Das ist ein zweit Dicke Na und? Fury geht gleich weg Ich bin halt ein bisschen aus dem Fury Warte 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 der große Typ kommt Und Der Dicke Zweit Dicke Warte Wie du mir auf die Eier gehst du Fette hässliche Qualle hier Meine Mama war genauso dick Weg Links und rechts und oben und unten Einer ist weg André ist weg Ich hör hier noch was atmen Aber die sind alle tot Hörst du's auch? Komm mal hierher Mein Fury ist voll am Arsch Oh da lebt ne gute Machete Der Bobby ist abgehört Hörst du's hier auch atmen? Ne Also bei mir ist da wieder ein Bug Keine Ahnung Kann ich hier irgendwo meine Waffen reparieren? Ja Unbedingt Das ist mal Oh wir haben 20 Minuten erreicht Okay wir bringen jetzt noch die Schnäpfe hier zu ihrem Zielort Das dauert bestimmt noch 10 Minuten Und dann Sagen wir auch schon wieder Bis zur nächsten Folge Ach da ist Bob Oh ja Na das ist ne Bob Das ist ja Wurdest du auch nicht gebissen? Ich deparier Ein extra Snack Jo Ein knappes Wendern Alter So Heavy Shit Warte noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht weiterfahren Ich muss noch was upgraden Ich muss noch was upgraden Ich muss noch was upgraden Geh halt mal aus dem Weg Ja du kannst auch außen rum Du kannst auch außen rum gehen du Mongos Nein So was kann ich denn noch create'n Was ist denn gut? Ähm Was fehlt mir noch? Sing Ray Floater Deo Bomb Shock Rifle Toxic Hast du dir letztens den Toxic Mod gemacht? Nee Nee Dann ähm Venom Okay Der Death Stalker Mod Der interessiert mich Okay aber das Machen wir jetzt wann mal Wann anders Und ich hoffe Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Wenn's wieder heißt Let's play Dead Island Together Together Mit mir Dem Hängerboy Ich upgrade hier noch was Und ich sag dann mal Ciao Ciao